Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei InkaGravby. Ich bin wieder zu Hause und kann jetzt endlich auf eure Tipps eingehen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein wenig in einer fehlgeschlagenen Aufnahme alles mögliche versucht. Ich habe hier alles ins Feuer geschmissen und da seht ihr auch schon die Maske. Das heißt, an der Maske kann es nicht liegen. Warum leckt es? Es leckt gar nicht. Das ist nur ungewohnt. Jupp. Wenn man so fünf Tage lang nur auf einem Laptop rumscratcht und dann plötzlich eine Maus in der Hand hat, dann ist es etwas ungewohnt. Gut, ähm, ja, pass auf, pass auf. Jetzt habt ihr noch gesagt, irgendwie ist hinter dem Grabstein ein Schlüssel. Das ist meine einzige Hoffnung. Das Feuer habe ich schon reingeschmissen. Und die Kisten, äh, ich habe noch nicht alle reingeschmissen. Können wir jetzt mal erledigen? Wie gesagt, in der Aufnahme ist nichts passiert. Gar nichts. Zehn Minuten lang. Nichts. Dachte ich mir, okay. Skashi, du kannst mich mal. Ups, sorry. Sorry, Herr Baumstumpf. Der kein Baumstumpf mehr ist. Ein Ex-Baumstumpf. Jetzt nur noch. Irgendwie sowas Sollenartiges. Oh Mann, du bist tief gesunken. So, alles drin. Das ist so sinnlos. Die Maske ist auch drin. Pass auf, dann gehen wir jetzt mal zum Grabstein. Habe ich überhaupt die richtige Maske? Daran kann ich mich nicht... Oh, hier ist noch eine. Oh Gott, das ist so sinnlos. Hör auf damit, Holly. Warum schmeißt du Kisten da? Äh, die Türen da hinten sind auch verschlossen. Können wir gleich nochmal überprüfen? Ja. Ähm, so. Äh, ihr habt gesagt, hinter dem Grabstein ist ein Schlüssel. Hat einer geschrieben. Wenn das jetzt nicht stimmt. Oh. Oh, das wird hier so schmerzt. So, so weh. Da ist ein verdammter Schlüssel. Wie soll man darauf kommen? Ist hier irgendwie ein Hinweis? Der Tod eines Adeligen Königs hat ihn in die dunkle Seite dieses Grabes verban... Oh. Äh. Dunkle Seite. Die überhaupt nicht dunkel ist. Hier ist die dunkle Seite. Na, jetzt habe ich einen Schlüssel. Der ist wahrscheinlich für irgendeine Tür, die da hinten rechts ist. Höh. Dankeschön an die Person, die mir geholfen hat. Habe ich eben gerade gesehen. Ähm, ich habe den Namen... Ich habe nicht darauf geachtet. Aber du weißt schon, ne? Und, äh, falls es mehrere waren, dann danke ich euch allen. Ich danke euch allen. Ihr seid voll famos und knorke und... Was man so heutzutage gesagt. YOLO. Heh. YOLO. LOL. So. Nein. Scheiße. Okay, dann geht es hier links lang. Oh ja, es geht weiter. Ja, es geht weiter. Ach ja, und das war gar nicht die Nudel, hä? Heh. Die im ersten Part da gesprochen hat? Das war eine andere Person. Was ist das? Heilige Scheiße. Will das Ding mich umbringen? Buh. Ihr Avast Sicherheitsbericht. Sech... Ach, 682.104 Webseiten wurden in den letzten 30 Tagen geprüft. Wollen Sie wissen, wie viele Infektionen gefunden wurden? Nein. Warum meldet sich das jetzt? Ach, also hat es doch ein bisschen gelegt. Okay, ja, passt. Oh. Hey. Ich habe ein Antivirusprogramm. Das könnt ihr euch einfach auslöschen, hä? Es hat 682.104 Seiten durchsucht in den letzten 30 Tagen. Und da kann es in wenigen Sekunden auch euch untersuchen und auslöschen. Hier, Viren. Also kommt ja nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Tja. Ah. Ich habe echt nichts gemacht. Das sieht aber echt fett aus, hä? Not Batman. Solche Gegner! Huhu. Huh. Oh. Hehehe. Oh, nein, 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 nein. Ich will da nicht hin. Drecksviecher. Inka Gravi. Mit jedem Schritt tiefer in das Böse. Irgendwie erhoff ich mir immer was Neues zu lesen, aber... Ich fall immer wieder drauf rein. Mann. Naja. So. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Wo sind wir jetzt gelandet? Mhm. Mhm. Kuh. Sorry. Hier habe ich gehustet. Hier gehen wir lang. Okay. Okay, ne? Alles klar. Da kommt ein grünes Licht raus, was ich wahrscheinlich benutzen muss. Ich muss dich benutzen, du Ding, du Stück. Aber wie benutzen? Äh. Haha. Ne, ich habe keine Ahnung. Woran habt ihr gerade gedacht? Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt... Was ich meinte und was ihr meint. Ihr seid Ferkel. Geh mal... Moment mal, da... Hier rechts war doch irgendwie... Hier hat auch was geleuchtet. Ach nee. Oh, kann ich das damit anzünden? Natürlich. Oh. Hier, rote Gewürzbüchse. Die heilt mich irgendwie oder so. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich bin Green Lantern. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich weiß, dass es irgendeinen... mit einem Helden in Strumpfhosen gibt, der eine grüne Laterne hat. Und den Sheldon so toll findet. Okay. Wow. Sorry. Sorry. Wackel. Das war jetzt peinlich. Komm mit. Okay. Ähm... So. Wo waren wir noch? Okay. Was ist das? Halt Wache, ja? Halt Wache. Entschuldigung. Schwebendes Skelett. Ich suche da irgendetwas. Ich weiß aber nicht was. Hast du ein Systemfehler im Kopf? Kann das sein? Äh. Wah. Ich war kurz... Ich war in dir. Was kann ich jetzt hier machen? Wah. Knochen. Hast du Knochen verloren? Nein. Okay. Der geht durch. Der wiederum nicht. Mein Mausbett ist zu klein. Äh. Moment. Vielleicht braucht der das grüne Lichtlein hier. Das ist das Lebenselixier. Das ihn gleich wieder zum Leben erweckt. Moment. Nein. Oh. Versuchen wir mal. Da. Hast du. Hier. Nimm. Nein. Okay. Dann lass ich dich mal mit dem Todesschrein allein. Ne. Mach's gut. Man sieht sich. Oder hört sich. Die Tür dahinten habe ich noch nicht aufgemacht. Aber das ist ja eine mit so einem Mechanismus. Und hier ist eine gelbe. Eine gelbe Vase. Die kann ich auch mitnehmen. Okay. Merken wir uns mal. Dass da gelb, grün und so ein Zeug war. So. Gelb, grün war hier hinten links. Ne. Was? Was ist da lang gelaufen? Eine Riesenspinne. Gott. Sind das. Diese Seelenspinnen. Von denen ich schon einmal gehört habe. In diesem Mythos. Ja. Diese Seelenspinnen. Von denen jeder mal gehört hat. In so einem Mythos. Und hier ist rot. Alles klar. Okay, okay, okay. Hier ist. War da gerade ein Schlüssel? Ne. Ich nehme es auch mal mit. Okay. Aber wozu brauche ich die Dinger? Das ist jetzt die Frage. Ja. 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 Ii. Was ist denn? Ich war schon lange nicht mehr. Aber ich kann nicht, wenn ihr zuguckt. Ach man. So. Was war das jetzt? Warum? Hier ist eine Vase, wo nichts ist. Vielleicht muss ich es anzünden? Ne. Okay. Hier sind ganz viele Vasen, wo nichts ist. Da im Wasser sehe ich aber jetzt auch nichts. Auf den ersten Blick. Da hört man den Skelett hier links. Oh. 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 Okay. Was machst du? Soll ich irgendetwas finden? Nichts. Mann. Mauspad. Hör auf. Um zu sliden. Ja. Gar nichts. Einfach gar nichts. Hm. Ich habe mir gehofft, da irgendwas zu finden, was so richtig kross ist. So eine Seelenspinne oder so. Und so ein Schwert. Und ein Schild. Und eine grüne Mütze. Grün Anzug. Eine kleine Fee. Und dann gegen diese Spinne zu kämpfen. Oh Gott. Okay. Nicht witzig. Feste. Feste. Habe alles verstanden. Habt ihr gesehen? Da waren so grün und gelbe und Pentagramme. Heißen doch Pentagramme, oder? Bin da nicht so eine Szene unterwegs, weißt du? Bin eher der, der zuschaut, weißt du? Yay! Das heißt, wir brauchen noch grün und blau haben wir noch nicht gefunden. Okay. Haben wir hier reingeguckt? Aber natürlich. So, das heißt, grün und gelb haben wir hier rechts. Und dann öffnet sich wahrscheinlich diese Tür hier. So, kann ich die jetzt irgendwie beide mitnehmen? Natürlich kann ich das. Dauert nur eine Ewigkeit. Ein paar Stunden. Oh, es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Wie ein Torpedo. Oh. Ich back mich hier gleich raus. Das sehe ich doch jetzt schon. Nein, 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 nein. Weg von der Wand. Weg von der Wand. Weg von der Wand. So, weiter, weiter. So geht's, glaube ich, schneller. Du bist betrunken, da gehst du nicht lang. Ich wollte nur zeigen, dass ich als Skills habe im Vasenaufstellen. Also, wenn er jemanden braucht, der professionell, professionellen Vasenaufsteller, ich stehe zur Verfügung. So, und. Bam. Seht ihr? Oh, fuckity fuck, fuck. Fuckity fuck, fuck. Nein, es geht nicht drauf, es geht nicht drauf, hier muss ich weg. Wo ist denn das Blaue? Ich habe das Blaue noch gar nicht. Anomalien. Wer Eigentur von anderen steilt, dessen hasserfüllte Gottheit soll ihn bestrafen. Ich überlege mal jetzt den Part lang und da müsst ihr ja nicht dabei sein. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder von Inka Gravi. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und habt eine Menge Spaß, so wie ich, wenn es weitergeht. Dank euch geht es jetzt weiter. Ist das so schön. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Bis zum nächsten Mal.